Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Nachdem wir nun geplaudert haben, kommen wir zum nächsten Fall. Dieser umfasst einen Beschleunigungstest unter normalen Verkehrsbedingungen. Also, das ist ein 1966er Volkswagen Käfer, in den ich einen F4-Turbomotor mit 2,5 Litern Hubraum eingebaut habe. Zum einen will ich die Bedingungen der Forderung nachstellen, zum anderen will ich sehen, was passiert. Du solltest mit dem Wagen vielleicht vorsichtig sein. Ich habe es eventuell übertrieben. Obwohl, weißt du, die Forderung betrifft einen Fahrer, der es sehr stark übertreibt. Also, wie sagt man, drück ruhig auf die Tube. Ich muss es Humphouten ambushen. Ich muss es, ich muss es, ich muss es passieren, wie schenig aus und ich kann es gemeinsam ausziehen. Ich werde es éd Fall abgeschlossen. Aber ich muss sagen, ich mag diesen Client. In all den Jahren in Deutschland kam mir nie der Gedanke, so etwas mit einem Volkswagen zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017